und spielen wir nicht favela ok aber vielleicht gibt es ja hier auch einen back und damit zu hallo derseits und willkommen zurück bei rainbow six siege ne wenn yukai zu lange draußen bleibt geht yukai kaputt zumindest war das mal so so was macht doch mal bobe gibt es doch bestimmt auch irgendwas gibt es eine hausforderung gewinne in elita outfits guck mal ob hier blumentöpfer das wäre fies wenn es so ein bug gäbe bei den anziehmatten da ist man nämlich länger als zwei sekunden ach kackdreck die haben kann die was ich darf die nicht treffen genau die hat noch das ist so schön das ist eine ohne kaffeekanne boah hamaru ist ganz oben klavier ding ist da gewesen hat nicht mehr viel blöd man schild träger bei mir die gegner haben eine bombe so ist es ja immer noch da stabil wo hat jetzt gar nicht geschossen ist schon im raum drin bei a ne doch da bei a drin ich gucke ja nicht bei a jetzt kommt noch einer von rechts gleich ok vielleicht ein kämpfer des eigenen trupps verbleibt ein gegner verbleibt komm carly ist die noch da weißt du das ich weiß nicht wo sie ist ich weiß nicht wo sie ist ähh kam ich glaube nicht klingt so sie ist markiert er ist jetzt im flur oh hallo gegner eliminiert mission erfolgreich ich bin ja keine suss bekommen jetzt ist die auch noch wie jetzt kannst du gar niemanden nehmen zumindest nicht mehr die warum muss es denn zwingend ein liter outfit sein warum nicht hm die bomben sichern die bomben sichern das gerät ist aktiviert ich habe meine bombe entdeckt verteidigt sie so viele matten noch nur noch fünf sekunden der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit die haben rekruten wir schmeißen erstmal granaten an die wand unter die luft wird wenn da gar keine matte angezogen ist mach schnell ich glaube ich könnte die zertreten wenn ich hier verstärke ne ist noch ganz das ist bloß nicht okay gegen strom werfen noch irgendwo was zu hier am gelben ähm rote treppe fenster ist glaube ich noch zu und keiner hat seine wässer nicht amaro sollen sie haben ganz oben schon nur noch eingehen und bricht nur noch eingehen und bricht da ist sie eben dann so stelle die treppe runter in den zwischendings da wo der ist von der treppe ja wo die vase steht mhm der hat aber die so richtung bandit der da vorher auf der treppe war unten und wir gucken was ich wollte ihn eigentlich spritzen gehen und dann sehe ich da auf einmal die sitzenden und stelle sich mal vor der spritzmann könnte mit seiner spritze die gegner sofort umbringen weil das für die gift ist dann würden die ganzen spritzenmann spieler auch noch mit ihrer spritze auf gegner her gehen mhm der finca könnte das mit ihrem boost noch mitspieler vergiften oder gleichzeitig immer wenn es einsetzt die gegner vergiften aber nur wenn togepi vorher gehackt hat damit die verbindung steht auch unten hier unten küche drohne hat eine bombe lokalisiert ja ah 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 da also Kapschrauber Niederoutfit 5 Sekunden bis zum Einsatz ich weiß das ist eigentlich gemein ich hab nicht gemein ich hab nicht gemein also selbst wenn ich es nicht gemacht hätte es wäre so ausgegangen gucken ob die noch lebt ne ist weg das war auch doof naja vielleicht gewinnen wir trotzdem wenn wo jemand der nicht sein echtgeschoss einsetzt bei so einem fenster mh mh ok unten ist jemand bei der kleinen bäckerei k k k k k k den haben sie also gut was für ein lutscher leidemagazin fahren wir da drunter noch hoch äh wenn du hier durch das eine loch guckst da ist ein alibi holokam hinter ok keine Kap Kaminer oder die im Küchenfenster ja ach da ganz hinten ah ok in der durchreiche achso Kap Kaminer am kleinen ja Kap Kaminer in diesem kleinen Bäckerraum wo die Torte steht zum Alibi Hologramm ja Alibi Hologramm da war grad einer sonst ist die Bäckerei sauber ab die Mine Kamera ich würde mal vorgehen ok ich stecke jetzt mal das Treppenhaus ab kannst du also mit rein nachladen brauche Feuerschutz wenn du in den Raum reingehst sag Bescheid dann komme ich mit letzte Minute ich komme mit wechsle Magazine die Maschine wenn man Zitrone fährt und an ein Gegner verbleibend ich suche mal 25 äh 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 wo ok ich guck nach hinten oder so gegen 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 auf In den Rahmen geguckt. Und die Tür, die war zugemacht. Zum Glück. Ich hab auch mal kurz belegt, die aufzumachen, aber das war ja Sichtschutz. Für uns. Noch mal zu einem ComSSD hatte ich hier unten auch schon mal. Match. Du hast ein SSD bei Amazon bestellt? Nee, im Gegnerteam ist Amazon.com-SSD. Da war auch schon mal in einem Match drin. Ich weiß auch nicht, ob ich euch das Gegnerin muss. Da kann ich nicht mitreden. In Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Ja, titsch. Hast du den Schock, Bruno? Jetzt hab ich's. Zehn Sekunden noch. Alarm platziert. Nicht in die Schussliebe. Nur noch fünf Sekunden. Schütze doch draußen vor der Entschärfung durch den Gegner. Bei der Galerie, äh, Töpferei. Die haben Ash. Woher weißt du das? Wer hat ihre Mütze aufgehabt? Ich weiß ja auch, der Mütze mit der Ash-Mütze. Da ist IQ. Die Gegner haben eine Bombe gefunden, verteidigt sie. Äh, Ash ist tot. Das nächste ist tot, IQ. Träger aufgehalten, entschärfer bei mir. Bei mir ist einer Haupteingang. Da vorne kommt's. Da vorne kommt's. Da haben wir noch Haupteingang. War zuletzt links davon. Nur noch ein Gegner übrig. Nachladen! Ist immer noch draußen. Nachladen! Holz hat aufgeklopft. Okay, bei dem Fahrrad ist eine Blendkranade auch gegangen, Hockey. Bei der A-Bombe in dem Gang. Annäherung, ja. Wenn da eine Tür hinter dir kommt, sehe ich das. Schneller als der Fall gefliegt. Schneller als der Fall gefliegt. Okay, Tapferei. Tapferei kommt's an. 15 Sekunden. Von meiner Tür. Schmeiß dich rein. Hat mich. Entschärfer hat's mit eingesammelt. Achtung. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Kaki jetzt beinahe geschafft. Er hat Missionserfolg für eigenen Trupps. Gerade noch so rumgekommen, ey. Mein Ego jetzt. Ah. Außer du fliegst von der Karte. Nee. Bei der Ende hat er fast eine S gemacht. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Ich verstärke die Wand. Böses Auge auf Patrouille. Wer ist das Ding? Gedenkraum, okay. Kannst du denken. Waschküche. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Ja. Bombe vom Gegner entdeckt. Böses Auge platziert. Die haben Hammermann. Die haben Hammermann. Zugang gesichert. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Die Bahn haben sie gemacht, ja. Äh, Ashes. Warum zerschießt die das nicht? Jetzt. Boah. Hier, Waschküche ist jemand. Geberping. Ja, ist tot. Das ist die hab ich. Lade neues Magazin! Auch hinten, Waschküche in der Ecke. Der Schärfer liegt auch da. Okay. Das MG42. Der geht ja zum Entschärfer. Ja, Jokka ist weg. Nee, Jokka ist weg. Pssst. Ach, scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Rechts ist das eine Fenster offen. Da kann man ja rumkommen. Nein. Ja, hat der eine Schärfer drin. Das Alter sieht. Der Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Ich bin ja fast ein Eiskal. War das der gleiche Spieler von vorhin? Hm. Weißt du es? Ja, das ist der erste, sehr glücklich. Er hat schon so viel, dass der einzige, ja. Aber der macht's auch spannend. Die anderen schießen bestimmt vor. Aber... Sodass er immer kaum Leben abziehen muss. Aber er hat... Wie war der? Zwei? Ach nee, doch nicht. Vier. Einmal hat er dich nicht bekommen und jetzt hat er mich nicht bekommen. Ansonsten alle. Zwei Runden. Zehn Elimierung sind drin. Er hat alle acht. Und zweimal haben sie verloren. Genau. War grad nicht so schnell mit dem Rechner. Hm. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Und ein Bibliothek. Wohnzimmer. Fertig. Das wechsel ich ihn da hin. Ich dachte, Ella fällt um. Klingt nach Alibi, ja. Nee, es war Ella, die er aufgemacht hat im IH-Schrupp hinter. Wer ist denn da? Ist das die Ella? Hm? Hm. Ach, die Sion ist der letzte. Genau. Ich dachte, hier wäre noch jemand. Gut, 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 gut. Nein, ah. Noch ein Lofus. Ich bin der einzige, der umgekommen ist. Da steht aber Toilette. Rück zur Bombe. Oh, die Dinge sind kaputt. Ja, genau. Oh, der Typ. Schon wieder dieser Typ. Nach oben oder wo? Mit der Pistole auch noch. Genau. Ja. Genau, Alter. Der ist nicht normal. Ah, du hast den unnormalen umgebracht vorhin. Ja, aber Gott. Ich kann mich gar nicht gesehen haben. Mit dem fetten Visier davor, Scheibe davor. Bereit einen Sequenzier, einen Durchbruch vor. Er hat irgendwas vor, der EMP-Mann. Ich bin mal gespannt, was. Wie die Waffe hält. Ohne breit. Ich lade nach. Was hat er gerade zu tun? Da, äh, links ist da. Nein, kleines Zimmer. Zu zweit ist nicht gut. Ich will für das Magazin. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Geh doch mit rein rein. Was soll da nicht echter zur Tür sein? Gleich geht das Licht aus. Kamera da oben. Links. Vor allem oben. Das ist kaputt. Stopp. Stütz. Vor der Hauptengangstür lag noch eine Nummer. Ich habe eine EMP-Kranatte. Da will ich eh nicht hin. Ja, aber... Der liegt wirklich nach draußen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Oh Gott, hier ist er offen gewesen. Scheiße. Er ist hinten rechts. Geh rein, geh rein. Ja, ich komme nicht über den Eumelkack. Das ist der Hammer, Mann. Wollt das mal auf Nummer sicher gehen. C4. Au. Fast. Hallo, da ist er. Ich werde markiert, das ist ja unfair. Na egal, das LMG-E-D hat trotzdem. Ich habe ihn eliminiert. Aber jetzt hat er wohl zwei Kills gemacht. Oh. Mal einen anderer, der einen Kill gemacht hat. Boah, guck mal die Augen an vom... Wer ist denn das? Hammer, Mann. EMP, Mann. EMP, Mann. Das ist ja komisch aus. Ich dachte erst, das wäre Kirchenmann wegen der großen Augengeschichte. Na, das geht ja gar nicht. Das war eine verrückte Partie. Es hat zwar Pipi einfach aus mit 3-0. Also die Gegner haben es ja auch nicht so ernst genommen. Also viele, vier. Aber irgendwie hatte die Partie es ganz schön in sich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.